Hallo zusammen, hier ist wieder Outschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Asset unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chief Wingard präsentieren. Heute geht es nämlich um den zweiten Raid Boss in Uldir. Und zwar geht es um den Erfolg Elterliche Kontrolle und für diesen müssen wir die Mutter in Uldir auch den Fähigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir ihr einen Geheimcode eingegeben haben. Wir starten hier alle im ersten Raum und müssen erstmal gucken, dass jeweils ein Spieler sich in jedem Raum befindet. Das ist nicht ganz so einfach, ihr solltet es am besten im Normal-Mode machen. Und zwar bleiben alle im ersten Raum, bis auf zwei Spieler. Wir haben einen Tank, hier einen Monk-Tank und einen DD rübergeschickt. Die sind schon im zweiten Raum, dann spawnen zwei Eds, die hauen die beiden um. Der Monk-Tank ist jetzt in den dritten Raum gegangen, spawnt wieder ein Ed, hat aber seine Statue in den zweiten gestellt. Das Ed, das kommt, rennt zu seiner Monk-Statue und der DD kann es ganz normal umhauen. So haben wir das gespielt. Ihr könnt natürlich es auch mit kleinen Dreier-Vierer-Gruppen machen, wo auch ein Heiler dabei ist und so, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Das ist jetzt ein bisschen die Variante, wo man sich ein bisschen Zeit spart. Sie hauen das Ed um und sobald das Ed down ist, haben wir im ersten Raum die ganze Gruppe, im zweiten Raum steht quasi unser 1er-DD und im dritten Raum steht unser Tank. Und jetzt wird es quasi interessant für das Achievement. Wir haben in jedem Raum einen Spieler und ihr seht schon, wir haben hier eine Schaltfläche. Und wenn wir da draufdrücken, dann wird die quasi aktiviert. Und wir müssen jetzt in der richtigen Reihenfolge draufdrücken. Ich kann euch für euren Raid nicht die richtige Reihenfolge sagen, denn die ist random. Heißt, ihr müsst euch am besten im TS absprechen und rumprobieren. Das heißt, als erstes drückt ihr der erste Raum, dann der zweite, dann der dritte. Hm, okay, hat nicht funktioniert. Und dann müsst ihr halt die Kombination rausfinden. So viele Kombinationen sind es nicht. Ihr müsst einfach ein bisschen rumdrücken und schauen. Und es geht dann nämlich dieses Ding aus, wenn ihr es richtig gedrückt habt. Und zwar probiert ihr da einfach ein bisschen rum. Ihr solltet aber aufpassen, so wie es bei mir hier gerade war, da kommt ein Feuer, ja. Und da wollt ihr nicht unbedingt drinstehen, wenn ihr da rumdrückt. Am besten lasst ihr eure DDs einfach weiter ganz normal den Boss weiter runterspielen. Einfach die drei Spieler, die dafür eingeteilt sind, auf dem Zeug rumdrücken und das war es dann. Ihr müsst den Boss nämlich dann auch bezwingen. Ihr seht, wir haben jetzt hier gerade richtig gedrückt und die Schaltfläche ist ausgegangen. Und daran seht ihr, dass ihr quasi auch die richtige Reihenfolge habt, ja. Indem die Schaltfläche aus ist, wisst ihr, dass ihr zumindest bis dahin die richtige Reihenfolge hattet. Und dann müsst ihr halt schauen, dass ihr die anderen Buttons auch weiter richtig drückt. Und sobald ihr das getan habt, könnt ihr eigentlich den Boss einfach umbrezeln und habt dann den Erfolg. Also heißt, in jeden Raum einen Spieler bringen, dann an die Schaltflächen ran, jeder drückt mal als erstes und schaut mal, ob seine Schaltfläche quasi dann nicht mehr leuchtet. Und sobald ihr das geschafft habt, dann auf den nächsten drücken, gucken, okay, leuchtet die Schaltfläche jetzt auch nicht. Und wenn ihr dann einmal die richtige Reihenfolge habt, es sind wie gesagt nur drei, könnt ihr den Boss umbrezeln. Achtet ein bisschen auf den Timer. Bei uns war es so, dass das jetzt relativ knapp war mit dem Schaden und wir doch noch hier in den zweiten Raum mussten. Wir hatten uns eigentlich gedacht, wir können den Boss im ersten Raum killen. Achtet da ein bisschen auf den Timer. Sind jetzt mit allen Mann rübergegangen. Im Normal geht das. Im HC und Mythic geht das, ja, eher schwierig. Deswegen da ein bisschen auf den Timer achten, wann quasi der erste Raum zum Britzeln anfängt. Weil normalerweise tut man hier die Leute einzeln von Raum zu Raum schicken. Gut, mehr ist es nicht. Wie gesagt, wenn ihr das nicht mit dem Monk Tank machen wollt, könnt ihr das natürlich auch mit kleineren Gruppen machen. Dann müsst ihr vielleicht alle drei Räume spielen. Aber ich denke mal, den Normal-Kampf, das sollte nicht das große Problem für eure Gruppe sein, wenn ihr die Achievements angeht. Das war es mit dem kleinen Erfolgsguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tala. Bis zum nächsten Mal. Ciao.